Es gibt eine sehr, sehr große Mitzvah, an Gott zu glauben, an Dinge, die Gott regeln kann. Zum Beispiel, wenn wir Probleme haben, dann wissen wir, der Kadosh Baruch Hu wird uns diese Probleme lösen. So steht es auch geschrieben, Ba'ayah, auf Hebräisch heißt Problem. Ba'ayah ist die Kurzfassung von Ba'ore Olam If Torakol. Der liebe Gott regelt alles, alle Probleme. Aber sobald wir sehen, dass der liebe Gott unsere Probleme löst, beginnen wir, an Gott zu glauben, so richtig. Aber sobald wir verstehen oder merken, dass Gott unsere Probleme nicht mehr löst, was geschieht dann? Sollen wir aufhören, an Gott zu glauben? Nein, auf keinen Fall. Kadosh Baruch Hu will nur uns zeigen, dass er in dem Moment an unsere Fähigkeiten glaubt, dass wir es selber auch machen können, dass wir es selber auch regeln können. Versuchen wir es einmal und wir werden sehen, was für eine Verbindung und was für eine Beziehung wir mit Kadosh Baruch Hu aufbauen können. Oberlin ft. Der Wur Seiten Wurte Der Wurfe der Wurperform Wur trained